Wenn es um die Augen und das Sehvermögen geht, darf es keine Kompromisse geben. Daher sollte man bei Problemen ausschließlich auf einen gewieften Spezialisten wie die Altstadtoptik in Gelsenkirchen setzen. In dem angenehmen Ambiente des Geschäfts in der Ahrstraße kümmern sich Optikermeister und Bildschirmarbeitsplatzberater Martin Debski und sein Team um alle Belange rund um Brillen, Kontaktlinsen und Co. Basis aller Leistungen ist eine ausführliche Beratung, in der Ihre individuellen Erfordernisse eruiert werden, um im Anschluss die perfekte Lösung zu finden. In der eigenen Werkstatt werden nicht nur die neuen Gläser gekonnt zugeschliffen, sondern auch Reparaturen im Handumdrehen erledigt. Zudem ist der renommierte Ausbildungsbetrieb eine anerkannte Führerscheinsehprüfstelle. Und bei eingeschränkter Mobilität kommt Meister Debski sogar am Wochenende zu Ihnen nach Hause. Altstadtoptik Gelsenkirchen – behalten Sie den Durchblick!